Also, jetzt lass dich nicht rein. Ja, okay? Jetzt kommst du bis zum Füß, und zurück. So, zurück, zurück. So, zurück. Okay, lass dich rein, lass locker, jetzt ziehst du die Hände nach oben weg, nach oben. Ja, besser, lass dich nicht gestreckt und wirklich so nach oben, okay? Ja, genau! Ja, gut! Jetzt sind wir richtig! Richtig ja! So gestreckt wie möglich lassen. Du möchtest du Hohlkreuz oder ist das Bauch? Dann wird es leichter. Ja, genau. Besser. Ja, genau. Das ist gestützt. Fertig. Fertig. So können wir noch einen Schritt nach vorne gehen. Hey, Bursche, gut. Ja, jetzt holt er. Ja, jetzt holt er. Jo, er lässt sich dafür ja dann im Dreh.